Ich bin Olaf Vogt und ich wohne in Haag und komme eigentlich ursprünglich aus Thüringen in Deutschland. Bei Kibun bin ich jetzt 8,5 Jahre. Ich tue die ganzen Schäfte vorbereiten und praktisch zum Leimen. Ich bekomme die einen Untergrund und wenn das gemacht ist, dann presse ich die Sohlen und die Schäfte zusammen. Bevor man das macht, müssen der Schaft und die Sohle mehrmals von Hand mit dem Pinsel bestrichen werden. Hier kommt jetzt erstmal ein Primer drauf und der muss ziemlich genau zum Abschluss vom Sockliner sein. Sonst sieht man dann hinterher beim fertigen Schuh die Leimstellen und das sieht nachher nicht schön aus. Also man muss ziemlich genau schaffen. Wenn dann der Mehrkomponent der Klebstoff auf den Schaft und auf die Sohle auftritt ist, muss der 50 Minuten antrechnen. Nachher wird der Klebstoff aktiviert. Ich tue jetzt diese eingeleimten Schäfte und Sohlen verbinden. Praktisch diesen Sockliner, diese Decksohle muss ziemlich genau in diese Einsparung eingelegt werden. Und das wird dann jetzt von Hand etwas angedrückt. Und dann kommt es in die Presse. Mit einer Schutzfolie, damit diese Sohle nicht irgendwann dann vergilbt. Diese Sockliner, also diese Decksohle, die sind recht weich und das ist schon, also braucht man schon viel Übung, um das zu schaffen. Ja, besonders gut gefällt mir diese Abwechslung. Es gibt verschiedene Arbeitsschritte, nicht immer so eintönig und man sieht am Ende auch, dass man mit seinen Händen was geschafft hat. Das Endergebnis dann und wenn es dann noch schön aussieht, macht es richtig Freude.